Für Comdirect war es ein ordentlicher Start in das neue Jahr 2016. Wir haben im ersten Quartal wieder sehr schöne Zahlen beim Trading und beim Investieren unserer Kunden gesehen. Wir sind weiter gewachsen, wir haben neue Depotkunden, neue Girokontenkunden dazu gewinnen können und wir haben auch gesehen, dass wir an der Stelle neue Gelder dazu gewonnen haben, also dass uns Kunden wieder mehr Geld anvertraut haben. Was wir aber auch gesehen haben, ist das Nullzinsumfeld oder nennen wir es mal beim Namen, das Minuszinsumfeld ist natürlich auch bei uns immer stärker angekommen und das ist ein Thema, das kennen Sie ganz persönlich ja mittlerweile auch, denn auf Sparkonten, auf Girokonten gibt es heute faktisch keine Zinsen mehr und das ist insofern besonders erwähnenswert, weil das nach wie vor das beliebteste Anlageprodukt der Deutschen ist, also ein Produkt, mit dem ich heute kein Vermögen mehr aufbauen kann. Vermögen aufbauen geht eben heute nur noch mit Wertpapieren, mit Investitionen und Ansparen in Wertpapieren und das ist insbesondere deswegen wichtig, Vermögen aufzubauen, wenn es um das Thema private Altersvorsorge geht. Wir als Comdirect haben uns das schon seit langem auf die Fahne geschrieben und deswegen bieten wir hier auch schon seit vielen Jahren für unsere Kunden als erste Adresse für Anlegen und Sparen mit Wertpapieren die passende Lösung, aber wir wollen eben auch noch mehr Menschen dafür begeistern, dazu ihr Geld eben auch in Wertpapiere zu investieren und dafür haben wir neue Lösungen geschaffen. Eine der Lösungen, für die wir auch schon ausgezeichnet worden sind, ist unser Anlageassistent. Das bietet heute eben das Internet diese Möglichkeit, mit ein paar Klicks kriegen Sie einen für sich passenden Anlagevorschlag. Das heißt, Sie können dort Geld anlegen, Sie können monatlich sparen. Ja und wenn wir schon beim monatlichen Sparen sind, haben wir auch in diesem Quartal, also im ersten Quartal 2016, wieder etwas Neues auf den Markt gebracht, nämlich die Aktiensparpläne. Da können Sie schon mit 25 Euro im Monat in Wertpapiere investieren, in Aktien investieren, also auch so etwas tun für Ihre Altersvorsorge. Jetzt werden aber natürlich diejenigen von Ihnen, die schon länger bei uns Kunde sind und wissen, dass wir auch gerade wieder Online-Broker des Jahres geworden sind, sich fragen, was ist denn für uns dabei? Wir sind ja schon erfahrene Wertpapieranleger. Auch Ihnen kann ich eine gute Nachricht überbringen. Wir werden jetzt im zweiten Quartal mit unserer Mobile Trading App live gehen. Also sprich, wir kommen auch da aufs Smartphone. Und so sind das nur Beispiele für einige der Innovationen, für die wir als Comdirect stehen.